Wir singen und spielen jetzt ein Stück von Bertolt Brecht über Pässe. Was ist der Mensch? Ohne einen was? Ohne einen was? Ohne einen was? Vorsicht von den Türen und Rollen. Wir singen und singen und singen und singen und singen und singen und singen. Ohne einen was? Ohne einen was? Ohne einen was? Er kommt noch nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch. Er kann überall zustande kommen. Auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund. Aber ein Hass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist. Während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird. Ohne einen was? Ohne einen was? Ohne einen was? Ohne einen was?